Hallo Leute, ja, es geht weiter im nächsten Dungeon. Kurs 39, okay, Kurs 40, wo ist der letzte? Ich bin im Himmel, yeah! Warte, warum ist er so schnell? Das hat irgendwas zu bedeuten. Ich trau das hier nicht, er ist irgendwie zu schnell. Ähm, ist klar, mit seinem fetten Arsch kann er Vögel töten. Wer will das denn nicht? Irgendwelche Vögel töten mit seinem Arsch? Nö, 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 nö. Du bist tot, Vogel, nö, nö, du bist tot. Komm mit, komm mit. Ich hab was ganz Spezielles für dich, dein Kumpel hier. Hey! So. Oh, ich dachte schon, er hat mich jetzt gekillt. So. Oh, viermal auf einmal. Ja, ich habe Glück in diesem Part momentan. Okay, ich muss unten bleiben. Du Drecksbalk, komm her. Ah, getötet. So. Ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Oh, was war das wieder? Hä? Achso. Hier kann ich abspeichern. Okay, abgespeichert. Oh, okay. Ähm. Ente. Okay, ente, wenn ich mitkomme. Äh, äh. Ähm, okay. Ich kann das einfach irgendwie. Ich werde langsam besser und besser. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Irgendwie erinnert mich das an Mario Bros. Also Super Mario Bros. Wo mal gegen, wo sowas gab es und danach gab es irgendwie, ähm, Bowser als Gegner. Vielleicht kommt da so ein Mini, oder ein Pseudo Bowser hier. Kann ja auch sein. Okay. Diese fette Ratte. Okay, wir haben das geschafft. Und was kommt jetzt? Okay, unser Wachstum. Und was kommt jetzt? Es geht noch mehr kaputt. Hm. Ach, rein mit dir. Und beim ersten hier versuchen. Bitte, komm, der Geld. Okay, 16. Das reicht, das reicht. Raus mit dir. Raus. Nein, du kannst nicht so gierig gucken. Ich kann nur gierig gucken. Geh, geh. Geh, danke schön. Okay, wir haben 500, äh, 5. Nein, 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 nein. Okay. Ich glaube, das ist die finale Stage. Kurs 40. Okay, die Musik hat sich auch ein bisschen geändert. Ähm, Herz. So. 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 So, okay. Okay. Boah, meine Nase juckt. Oh, ich bin nervös. Verdammte Scheiße. Immer, immer bevor ich ein Let's Play zu Ende habe, bin ich immer nervös. Ich weiß nicht wieso. Bei Sela wird es auch bestimmt sein, wenn ich gegen die Boss kämpfe. Boah. Okay, so. 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 Ähm, ja. Okay. Das heißt nichts Gutes. Ich weiß nicht wieso. Ich habe so ein mulmiges Gefühl. Gucken wir mal. Okay, warum kommt immer das Gleiche? Kommt jetzt der Boss oder was los? Was ist das denn? Muss ich diesen Fettkopf töten? Ähm, ja. Hä, was soll ich jetzt töten? Ach so. Ich glaube, er muss es aufbrechen. Komm. Verdammt. Okay, da habe ich... Verdammt, okay. Ist hier nicht so schlimm. Aber was genau soll ich da machen? Wenn ich da nicht weiterkomme, muss ich da kurz nachgucken. Aber ist hier nicht so schlimm. Oh, ganzen Münzen sind weg. Okay, jetzt nochmal das gleiche Spielchen. So. 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 Und. Darauf. Dankeschön. 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 So. Aber was zum Teufel soll ich da machen? Gibt es hier irgendeinen geheimen Stern oder was ist los? Okay, wartet. Wartet mal kurz. Okay, ich habe es raus. Wir müssen wirklich diesen... diesen Spast hier umbringen, um hier weiterzukommen. Komm her, du Spast. Komm her, du denkst hier zu viel. Komm. 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 So. Ah, verdammt. Okay. Ich ticke gleich aus. Okay. Das ist wirklich die letzte Stage. Ich habe geguckt. Ja, das ist wirklich die letzte Stage. Wenn wir die geschafft haben, ist das Let's Play vorbei. Aber das werde ich auch in diesem Part ja schaffen. Da habe ich das 13 Parts geschafft dafür. Das ist eine gute Leistung. So. Dann mache ich mal mit den anderen Mario-Teilen weiter, die ich noch alle habe hier. Mann, leck mich doch am Sack. So. Komm. Komm, das schaffe ich doch. Das schaffe ich doch. Das ist ein Kinderspiel für mich. Das schaffen selbst meine Großeltern. Auch wenn die kein Deutsch verstehen. So. Und so. Und so. Geschafft. Okay. Jetzt muss ich diesen Scheiß-Spassi einfach verprügeln. Okay. Dankeschön. Komm her. Komm her. Komm her, Ritter. Wo bist du? Du denkst etwas zu viel für mich hier. So. 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 Oh, das war ein dummer Spass. So, getötet. Ekliger Fettkopf. Okay. Jetzt kommt die nächste. Oh. Das sieht ja spaßig aus. Oh, das sieht ja spaßig aus. Wie ich ja gesagt habe. Hä? Wieso lässt der Lust auf Spaß? Ach so. Komm durch. Danke. 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 Okay. Okay. Was kommt jetzt? Hä? Meerjungfrau? Was ist das denn? Oh, eine Piratin? Und ein Genie? Oh, ein fetter Genie. Oh, oh. Oh, okay. Wie soll ich ihn besiegen? Wie soll ich ihn besiegen? Oh, wartet. Okay. Ich habe es raus. Ich weiß, wie man ihn besiegt. Aber nicht genau, wie man ihn besiegt. Ich muss kurz nachgucken. Aber ich glaube, ich wäre echt nicht auf die Idee gekommen, wie man ihn besiegen sollte. Okay, komm. Vielleicht doch, aber aus Zufall dann, oder aus Glück. Mal gucken wir mal. Okay, komm. So. So. So, okay. Muss ich nochmal diesen Ritter töten? Wenn ja, kein Problem. Ist ja nie so schlimm. Komm. Komm, komm. Ritterlein, wo bist du denn? Ich will dich doch kennenlernen. Komm her. Komm her. So. 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 So.